If I'm lucky I'll meet you, flip side of the graveyard, cause things didn't work out in this life or something, yeah. If I'm lucky I'll meet you, have in the hot water, cause things didn't work out in this life or maybe, if I'm lucky... Guten Morgen meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ich bin soeben aufgewacht und wollte eigentlich eine ganz normale Morgenroutine mit euch drehen. Wie es so üblich ist bei uns an einem ganz normalen Sonntag. Aber ich werde natürlich nicht illegal, wenn mir was richtig cooles eingefallen wäre. Und zwar ist mir eine Idee gekommen, wie ich den Haarkrand auch heute wieder einmal pranken könnte. Seit ein paar Tagen stehen hier diese riesen Kartons von Casper da. Also meine Lieben, in den großen Kartons befinden sich Matratzen. Wir haben nämlich neue Matratzen bekommen und die sind eben letztens angekommen. Wir haben es aber noch nicht geschafft, die auszutauschen. Das wird dann heute der Fall sein, deswegen wird heute ein besonderer Tag. Und bevor wir dann heute die großen Kartons wegschmeißen, dachte ich mir, muss ich den Haarkrand pranken. Der Haarkrand schläft jetzt noch und mir ist die Idee gekommen, dass ich mich in einem von diesen Kartons verstecke. Und wenn der Haarkrand aufsteht und in die Küche laufen möchte, werde ich einfach aus dem Karton springen. Nein, der wird niemals damit rechnen und deswegen wird er sich, glaube ich, zu Tode erschwecken. Und ja, ich mache mich jetzt mal an die Arbeit und räume schon mal die eine Matratze aus dem Karton. Weil ich habe jetzt entdeckt, hier kann man ja eigentlich den Karton tragen. Das wird jetzt einfach mein Sichtloch. Das heißt, ich werde auf jeden Fall den perfekten Moment erwischen, an dem Haarkrand nach dem Zimmer läuft. Und ich habe diese zwei Seiten einfach mal in den Karton reingeklappt, dass wenn ich mich verstecke und rauskomme, einfach nur die zwei öffnen muss. Das wäre jetzt ein bisschen kompliziert. Und ich habe mir überlegt, dass ich einfach auf diesen Karton steige und danach hier in den Karton hereinsteige, wenn dann mal die Nala rauskommt. Nala! Also drückt mir die Daumen, dass es funktioniert. Ich muss jetzt noch irgendwo die Kamera verstecken und dann kann es auch schon losgehen. So. So! 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 Was machst du? Alter, ich bin voll erschrocken. Ich habe voll ein Herz abgekriegt. Ich bin aus. Alter. Komm raus. Aua. Aua, ich kann nicht. Aua. So meine Lieben, das war es jetzt mit unserem Video. Lasst uns natürlich einen Daumen da. Du wirst mich immer jedes Mal, wenn ich neu aufgewacht bin. Ja, deswegen ja. Hast du, aber du hast die Arten. Ich habe mich echt erschreckt, ja. Arten nicht, aber ich habe mich erschreckt. Also es war echt. Na ja, wir verabschieden uns. Und ich werde jetzt auf jeden Fall mal gehen und die Matrat testen, indem ich jetzt einfach mal zwei schnickliche mache. Also wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. 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 Tschüss.